moin leute es ist wieder zeit für world of games sonntag und wir spielen heute wie man uns schwer erkennen kann nibbleband was auch immer das sein soll ich weiß noch nicht wie man spielt aber wir machen mal hier möhren okay level 1 niveau wie steuer ich das alles klar das ist ja gruselig okay alles klar alles klar das ist ich bin ein kleiner hase der durch die welt hüpft alles klar nibbleband niveau 2 ziel ist wohl drei sterne 3 innovativ man kann doppelsprung machen alles klar und weiter geht es kann man noch rennen oder so und irgendwas machen das ist ja jetzt die steuerung letzten bisschen zu wünschen übrig da man das nicht mit dem links steuern kann mit dem mit dem haus oder so ist sie nervig und zweimal nach oben klicken um verdammt egal keine bonussterne was hölle ernsthaft okay noch mal wiederholen ich wurde aufgeschlitzt von dem messer hier richtig nice kann man irgendwie mehr als zweimal springen die musikalische untermalung ist der hammer verdammt ich trottel habe ich nicht gesehen wegen dieser anzeige von dem von der steuerung hoffentlich taucht das wieder auf sonst habe ich ein problem aber man muss die drei möhren haben aber toll jetzt darf ich mich schnell erzählen weil dieser diese blase nicht auftaucht da ist ja ärgerlich okay let's try it again also nicht da rein springen die drei möhren muss man auf jeden fall haben um das portal freizuschalten und die drei sterne sind optional so oh no ich idiot wenn wir erstmal das hier also ich muss sagen das spiel ist ganz süß aber ein dauerbrenner ist jetzt auch nicht aber für zwischendurch nicht ideal darum geht es kleine spiele für zwischendurch irgendwas da ist schlüssel ok da komme ich nicht durch ohne schlüssel macht sinn wozu sollte es sonst ein schlüssel geben na komm schon hase so dick bist du auch nicht nein man darf es nicht mal berühren ich glaube das nicht nur die kleinste die kleinste berührung sorgt schon dafür dass man dass man geschnetzelt wird hase am stück nicht filetierte hase das passt filetierte hase aber insgesamt muss ich sagen ist die illustrierung süß mit diesem staub hinter dem hasen wenn er hier durch die präerie rennt also dass ich nur für dennstein für den sterben alles klar ich mach mal weiter das lustig das geräusch ist vielleicht wird es doch noch schwieriger das spiel könnte ich mir durchaus vorstellen aber aktuell ist es noch standard mini welt jump and run habe ich schon die ganze zeit so komisch geleuchtet bin mir nicht sicher nein ich trottel der moment wenn man denkt dass was kann man eigentlich nein was kann ich eigentlich so viel dazu so jetzt habe ich auch alles drei sterne drei möhren läuft bei mir bröckelt das hier weg ja auch tatsächlich okay das sind kommt auf jeden fall immer kleinigkeiten dazu gerade gesprungen und dann sowas nein 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 das war unüberlegt so level 15 schon nein aber ich bin so doof das gibt es gar nicht man darf die dinger echt kein millimeter berühren aber schnell genug so eine möhre noch perfekt cool alles klar okay es gibt nach 15 level aubergine tomate und vorher möhren okay wir gucken uns das eine gucken wir uns noch an hier 16 das heißt wir essen keine möhren mehr sondern kohl alles klar verstanden so alles klar ich würde sagen ich beende das hier weil das ist auf jeden fall ausreichend einblick in dieses spiel und ja für zwischendurch kann man das mal machen eine kleinigkeit nett zu spielen der anzusehen also ich hatte ein bisschen spaß hatte ich wohl dran das nächste herausragende ist jetzt keine schwierigkeit keine schwierigkeit an sich aber ja ich sage hoffentlich bis nächsten sonntag auf wiedersehen leute ciao